geduscht bist und du bist immer noch da mit einer Nuss nach der anderen so jetzt kommt wieder Wasser nicht erschrecken das kippe ich jetzt nach unten das kennst du schon jetzt magst du bestimmt wieder eine Nuss aus der Hand ach hast du ja noch ja das irgendwie war noch gar nicht da die Nüsse liegen noch oh muss ich aber das sauber machen wird ja alles zugeschissen hui da wird sich geputzt ja komm das Menü ist doch noch gar nicht fertig hol dir noch eine Nuss und dann kannst du noch mal putzen ui da wird auch gekratzt am Hintern ja fein tja so wie naja keine Ahnung dann halt wieder morgen früh sitzt er wieder bei mir im Bett und dann wird auch wieder eine Nuss die Nuss die Nuss gut